Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein solcher Wunderbaum, wo die Orangen, Zitronen, Mandarinen und Kräbfe gleichzeitig wachsen, gibt es natürlich in der Natur mehr. Dafür finden Sie jetzt bei Gopen umso grösseres Angebot an Citrusfrüchten oder an Grumen, wie der Fachmann sagt. Diese Frucht, die wir hier sehen, ist die blonde Navels aus Spanien. Diese süße Dessertfrucht ist praktisch kernlos und eignet sich besonders gut auch für Fruchtsalate. Ebenfalls aus Spanien kommen die Clementine. Man kennt sie an der tiefen Orangen bis roten Farbe. Sie hat keine Kerne und ist sehr fein und süss im Aroma. Hier haben wir eine feine Frucht, die aus Sizilien kommt, die Moro Blutorangen. Man kennt sie am kräftigen Aroma. Sie ist auch bekannt für einen herrlich blutroten Saft. Oder Tarocchi, eine feinschalige, ebenfalls rote Spitzenqualität. Und aus Israel kommt eine ganze Reihe von wertvollen Vitaminspender. Zum Beispiel die länglich-ovale Schamutti-Blondorangen. Das ist eine Dessertfrucht, die sich auch sehr leicht schälen lässt. Natürlich fehlen auch nicht die weissfleischige, rosa oder rote Gräbfrühe. Soweit unsere süssen Feitmacher. Und jetzt kommen wir noch zum Coop-Rezept dieser Woche. Bitte, Studioküche. Guten Abend miteinander. Sauerkraut ist reich an Vitamine und arm an Kalorien. Man kann es auf verschiedenste Arten zubereiten. Der Vorschlag von Coop ist, das Sauerkraut mit Schinken und Ananas gratiniert. Den Schinken haben wir am Stück anbrötelt und rausgenommen. Im restlichen Fett haben wir die Säbeln und das Sauerkraut angedämpft, abgelöscht und gewürzt. 20 Minuten bei kleiner Hitze und zudeckt lassen wir weiter dämpfen. Dann kommt es in eine eingefettete Gratinform. Jetzt nehmen wir den Schinken drauf, streichen ihn mit Honig ein und legen dann die Ananasscheibe drauf. Zum Schluss gießen wir den Saft der Ananas noch drüber und dann in den vorgeheizten Ofen. Nach 25 Minuten servieren wir das Sauerkraut mit Schinken und Ananas zu Salzhertöpfeln. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Eine gute. Mit dem Sauerkraut habe ich es persönlich wie die Witwe Bolte, die besonders dafür schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Wir danken für das Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Achtet Sie auf das Coop-Angebot zum Sparen. Zum Anfang die aktuelle Coop-Warenhaus Preisschlager. Ein Inox-Kochtopf 24 cm hoch für nur 35 Franken. 5 Bar Damenstrumpf Hose Tina in verschiedenen Farben für nur 4 Franken. Ein Herrensporthemd für nur 12 Franken. Zwei Stück sogar für nur 20 Franken. Eine Keramik-Kücheuhr mit Quarzwerk für nur 20 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Dosen Midi-Tomaten, geschält, statt 2,40 Franken nur 1,65 Franken. Zwei Stück Kalbsbrotwürste für nur 1,90 Franken. Sterilisierter Kaffeerahm, zwei Deziliter, statt 1,35 Franken nur 1,15 Franken. Und 5 Deziliter, statt 2,85 Franken nur 2,40 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter Fanta oder Sprite Light, statt 1,25 Franken nur 90 Franken. Bananen per Kilo nur 1,70 Franken. Auf Wiedersehen! Kein Musik